So behandle den BWR2 und ich werde nur auf die Aufgaben eingehen, bei denen es Probleme gab. Sehen wir uns Aufgabe 1 an. In Aufgabe 1 haben wir hier, misst den Winkel Beta und berechnet den Winkel Alpha. Beta haben wir hier, Alpha haben wir hier und ich solle einen Winkel messen, und zwar diesen hier. Wenn man das tut, erhält man 26 Grad. Jetzt erinnern wir uns nochmal, die Innenwinkelsumme in einem Dreieck ergibt 180 Grad. Hier haben wir schon 90, also muss Alpha und Beta addiert 90 Grad ergeben. Wenn wir hier 26 Grad messen, dann muss dieser Winkel hier 64 Grad sein, weil 64 plus 26 90 Grad ergibt. Viele haben hier beide Winkel gemessen und manche Messungen hier waren nicht korrekt. Diese Winkel hier wurden alle addiert, Alpha, Beta, Beta und Gamma, und es kam mehr als 180 Grad raus. Wenn so etwas passiert, dann ist etwas schief gegangen, weil es muss 180 Grad sich ergeben. Also liest diese Operatoren hier genau durch. Messen heißt, verwende das Geodreieck und berechnen heißt, lass das Geodreieck zur Seite und nimm ein Blatt Papier und berechne die fehlende Größe mit Papier und Bleistift. Sehen wir uns Aufgabe B an, berechne den Radius sowie die weise Fläche. Die Berechnung des Radiuses ist einfach, das ist hier von A nach B die Hälfte, also 7 halbe. Und die weise Fläche, das ist nichts anderes als die Halbkreisfläche minus diese Dreiecksfläche. Und die Dreiecksfläche berechnet sich aus Grundseite, ich nehme jetzt hier die Seite B, multipliziert mit der zugehörigen Höhe und das ist hier die Seite A. Die Seite B ist hier nicht bekannt, deshalb müssen wir sie ausrechnen und diese Berechnung erfolgt mit Pythagoras. B Quadrat plus die Seite A Quadrat ergibt die Seite C Quadrat. Wenn man hier Zahlen einsetzt, erhält man 49 für diese Seite, man erhält hier oben 40 und dann muss B Quadrat 9 sein. Also haben wir B Quadrat gleich 9 und dann ziehen wir die Wurzel aus B Quadrat, das ergibt B, wir ziehen die Wurzel aus 9, das ergibt 3. Also muss diese Seite B 3 Zentimeter sein und jetzt können wir die weise Fläche berechnen. Wir haben also hier die Hälfte von dem Kreis, Pi A Quadrat geteilt durch 2 minus die Dreiecksfläche, A mal B geteilt durch 2. Alle Größen einsetzen ergibt 19,24 und 9,49. Wir subtrahieren die beiden Größen und erhalten 9,75 für die weise Fläche. Gehen wir zur Aufgabe 4. In Aufgabe 4 wurde häufig falsch gemacht die Aufgabe C, weil Leute nicht wussten, wie man ein Schrägbild zeichnet. Schrägbild werden gezeichnet, also Schrägbild eines Kreises. Wir haben ja hier eine Kreisfläche als Grundfläche, werden gezeichnet, indem man den Kreis quasi platt drückt. Und diese Querseite hier, die bleibt unverändert und die andere Seite, die wird einfach halbiert. Das heißt, vom Mittelpunkt bis nach oben haben wir nicht den Radius, sondern wir haben die Hälfte des Radius. Der Radius ist hier, die Hälfte vom Durchmesser ist also hier 6,5 geteilt durch 2, also 3,25. Deshalb muss von hier nach da, muss die Hälfte von 3,25 sein. Das ist 1,625. Und von hier, vom Mittelpunkt nach unten auch 1,625. Da macht man sich hier vier Punkte hin. Da ein Punkt, da ein Punkt, da ein Punkt und hier noch ein Punkt. Und verbindet diese Punkte mit einer Ellipse. Und das war es dann schon. In der Aufgabe B und in der Aufgabe A kann man sich in der Formelnsammlung ansehen, wie man das Volumen bestimmt und aus dem Volumen dann die Höhe bestimmt, indem man für die Größen, die man kennt, einfach die Zahlen einsetzt. Und das Gleiche passiert hier in der Aufgabe B. Die Oberfläche, da steht die Formel in der Formelnsammlung. Einfach nachsehen und die Zahlen, die wir jetzt kennen, einsetzen. Kommen wir zur Aufgabe 5c. Ungefähr wie oft erscheinen bei 800 Drehlungen die Farbe grün? Ja, diese Zahl ergibt sich aus 800, multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit für grün. Und wenn man sich das nach oben anzieht, wir haben hier drei grüne Sektoren unter den 8. Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit 3 Achtel. Und wir modifizieren die 800 mit der 3 Achtel. Das ergibt 300. Also erwarten wir so ungefähr 300 Mal die Farbe grün, wenn man dieses Glücksrad hier oben dreht. Kommen wir zur Aufgabe 6. Das war die schwierigste Aufgabe von allen. Und man kann sie aber einfach lösen, wenn man die richtige Sichtweise hat. Sehen wir uns mal an, was da oben steht. Tom strich sein Haus alleine in 12 Tagen. Das heißt also, wenn er jeden Tag das Gleiche arbeitet, das setzen wir voraus. Und alle seine Freunde, die arbeiten alle gleich viel. Dann braucht eine Person 12 Tage. Das heißt also, an einem Tag kann eine Person ein Zwölftel vom Haus erledigen. So, und das halten wir jetzt einfach mal fest. Also eine Person, ein Zwölftel für einen Tag. Also braucht er 12 Tage, um alles zu streichen. Zwei Personen, die arbeiten an einem Tag 2 Zwölftel. Wenn die zusammenarbeiten, brauchen sie 6 Tage, nämlich 6 mal 2 Zwölftel ergibt das 12 Zwölftel. Und drei Personen arbeiten an einem Tag 3 Zwölftel. Dann brauchen sie 4 Tage, um das ganze Haus zu streichen. Nämlich 3 Zwölftel plus 3 Zwölftel plus 3 Zwölftel plus 3 Zwölftel ergibt 12 Zwölftel und so weiter. Das kann man hier über die gesamte Tabelle sich überlegen und dann ergeben sich dann diese Zahlen. Was man auch erkennt ist, dass das Produkt von oben und unten immer 12 ergibt. Oben und unten ist 12. Und ihr könnt euch noch erinnern, vorher als wir die Zuordnung besprochen haben, haben wir oben immer x eingetragen und unten y. Das heißt also, das Produkt von oben und unten oder von x mal y ergibt immer 12. Und immer dann, wenn man etwas hat wie x mal y gleich eine Zahl, dann nennt man so etwas Hyperbel. Und Hyperbel nennt man auch antiproportionale Zuordnung. Und antiproportionale Zuordnung sind Hyperbeln und Hyperbeln haben immer eine solche Gleichung. Also diese drei Begriffe, antiproportional, Hyperbel und diese Gleichung hier, das ist eigentlich alles das Gleiche, nur anders beschrieben. Gehen wir in Aufgabe B. Tom arbeitet 6 Tage ohne Hilfe, dann kamen 3 Freunde hinzu. Also wenn er 6 Tage arbeitet, dann hat er in 6 Tagen 6 Zwölftel von dem Haus erledigt. Es bleiben also noch 6 Zwölftel zu erledigen. Wenn jetzt noch 3 Freunde kommen, sind es insgesamt 4 Personen, die hier dran arbeiten. Und 4 Personen können an einem Tag 4 Zwölftel arbeiten. Das heißt also, wenn die nach den 6 Tagen nochmal einen Tag arbeiten, dann haben wir insgesamt 6 Zwölftel plus 4 Zwölftel erledigt. Das sind 10 Zwölftel. Und dann bleiben noch 2 Zwölftel. Und dafür brauchen die 4 Personen einen halben Tag. Das heißt also, insgesamt haben wir die 6 Tage von Tom, wo er alleine arbeitet und anderthalb Tage, wo sie alle zusammenarbeiten. Das macht insgesamt 7,5 Tage. Was ich hier geschrieben habe, ist falsch. Da habe ich mir irgendwas anderes Falsches ausgedacht. Sehen wir uns die Aufgabe C an. Wie lange arbeiten 6 Arbeiter, bis die Hälfte des Hauses gestrichen ist? Sehen wir mal oben die Tabelle an. 6 Arbeiter arbeiten 2 Tage am gesamten Haus. Ja, dann brauchen sie einfach nur die Hälfte für die Hälfte des Hauses. Das heißt also, ein Tag. So, und last but not least, sehen wir uns diese Skizzierung an. Dann, die Punkte oben sollten eingetragen werden. 1, 12. Oben ist also x. Unten ist die 12. Hier haben wir auch die Arbeiter. Ihr seht hier, Anzahl Arbeiter. 1, 2, 3, 4, 5 bis 8. Hier haben wir die 8. Hier haben wir die 1. Jetzt tragen wir die Punkte ein. 1, 12. 2, 6. 3, 4. 4, 3. 8. 1,5. 6, 2. Und 8. 1,5. So, und die verbindet man mit einer solch grummen Kurve. Aufgepasst. Alles, was grumm ist, darf man nicht mit einem Lineal zeichnen. Also, Lineal nur benutzen für Geraden und ansonsten Finger weg vom Lineal. Oder zu messen ist auch okay. Aber ansonsten zum Zeichnen Finger weg, wenn etwas grumm ist. Unten haben wir Aufgabe 7. Hier wurde falsch gemacht die Aufgabe B. Die Aufgabe B soll man nur testen, ob die Zahl 2 eine Lösung ist. Man soll es nicht ausrechnen. Also, wie tut man das? Man setzt die Zahl Z einfach ein in der linken Seite für das Z und in der rechten Seite. Dann rechnet man die linke Seite aus. Da kommt 7 raus. Man rechnet die rechte Seite aus. Da kommt auch 7 raus. Und weil 7 gleich 7 ist, ist die Antwort Ja. Wenn die beiden Zahlen verschieden wären, wäre die Antwort Nein. Meine Zeit. Vielen Dank.